Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Heute zeigen wir euch wieder einen neuen Halloween Shot, und zwar den Vampire Bite Shot. Dafür packen wir erstmal ein bisschen Eis in unseren Shaker rein, füllen dann 2cl Wodka rein, dann 2cl Pfirsichlikör und im Anschluss fügen wir noch 2cl Malibu hinzu. Jetzt mixen wir das noch alles schön durch. Nachdem wir alles durchgemixt haben, holen wir unser Shotglas und füllen den fast bis ganz oben hin mit unserem Mix. Im Anschluss nehmen wir noch ein bisschen Grenadinsirup und machen da einen kleinen Spritzer rein. Zur Verzierung nehmen wir noch ein kleines Vampirgebiss und schon haben wir unseren Vampire Bite Shot. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Getränk.